Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie glauben doch nicht etwa... Baut so viel Mist, wie ihr wollt. Doch ihr müsst auch dazu stehen. Kommt dann aber nicht und bittet uns, uns, uns und was auch immer. Das Sexualleben deiner Kinder beunruhigt dich. Ich hab etwas übertrieben, na schön? Mein Sohn ist schwul, meine Tochter fährt zum Vögel nach Portugal und ich darf sie nicht mal warnen. Du wurdest nicht wie ich von einer holländischen Mutter erzogen. Bei uns hat man über Sexualität gesprochen. Das war ganz natürlich. Nicht auflegen, ich geh in den Garten. Dort ist der Empfang besser. Hallo? Hallo? Du willst jetzt vielleicht nicht darüber sprechen, aber ich urteile nicht über deine Sexualität. Was ist mit meiner Sexualität? Los, lass uns beide allein und geh halt duschen. Das wird dir gut tun. Total gaga. Was sollte das heißen? Was? Du weißt, ich bin sehr tolerant. Also beanspruche ich das auch mir gegenüber. Erst Mama hier, dann Beatrix da. Erst Ja, dann Nein, dann Ja oder Nein. Warum, bitteschön, nicht gleich beides auf einmal? ну mal! Das war sie. ARD Text im Auftrag von